Kann man noch auf westliche Werte Vertrauen setzen, wenn dort Eigeninteressen überwiegen? Die USA holen Hightech zurück ins Land, was die Frage aufwirft, ob Taiwan demnächst geopfert wird. Das war ja die Strategie des Taiwans, dass sie sich damit unverzichtbar machen. Aus strategischer Sicht ist es so oder so schlau, das wegzuholen. Generell ist in Zeiten, wo realer Krieg wieder droht, eine Abhängigkeit untragbar. Wenn wir uns vorstellen, wenn, was weiß ich, der Leopard 2, das Display für seine Systeme, die Bildschirme, wenn die aus China kommen, das ist untragbar. Das muss wenigstens in der EU oder in der NATO gebaut werden. Das heißt nicht, dass man deswegen Eigeninteressen opfert, sondern das spricht erst einmal nur dafür, dass man sich strategischen Bedrohungen anpasst. Man kann unmöglich von Taiwan abhängig sein, wenn es um Taiwan Krieg geben kann und Taiwan direkt vor der chinesischen Küste ist. Denn selbst wenn Taiwan verteidigt wird, wenn der Krieg nicht dabei zerstört wird, wenn der Krieg nicht nach drei Wochen vorbei ist, dann ist mindestens mit einer Seeblockade zu rechnen. Dann werden keine Frachter in Taipei im Hafen ankommen, dort Chips laden und bequem in die USA fahren. Das heißt, gerade die langfristige Aufrechterhaltung der Wehrfähigkeit bedeutet, dass man die Ursprungsquellen der Komponenten an sichere Orte verlegt. Das ist ein essentielles. Also diesbezüglich würde ich nicht von dem Vertrauen auf westliche Werte oder Entsetzen darauf sprechen. Denn das war eine strategische Überlegung Taiwans, die eine gute Zeit lang aufgegangen ist, aber die halt nicht mehr beliebig funktioniert. Und man kann keiner westlichen Nation vorwerfen, dass sie zu Alternativen zu Taiwan sucht. Und das macht Taiwan weniger wert. Aber ich würde das nicht in direkten Zusammenhang mit einer Aufgabe von Werten betrachten. Da können wir eher an andere Dinge schauen, wenn eben westliche Werte nicht verteidigt werden. Wenn man dann einen Präsidenten in den USA hat, der sagt, Taiwan brauchen wir ja nicht mehr, dann sollen die es halt haben. Die sind doch Ich-Chinesen. Das wäre eine Aufgabe. Und erneut, das ist nicht, ihre Frage ist schon richtig. Sie ist sogar sehr schlau gemacht, wenn wir so wollen. Denn sie packt am richtigen Punkt an. Die Aufgabe westlicher Werte oder, denn an sich sollte es ja ein westlicher Wert sein, dass wir sagen, 23 Millionen Chinesen auf Taiwan, die frei sind. Oder eben 23 Millionen Taiwanesen. Die zu schützen vor einer widerlichen Diktatur ist das, was westliche Werte eigentlich ausmachen sollte. Völlig richtig, dass da ein gewisser Zusammenhang ist. Und in dem Moment, wo Taiwan nicht mehr der Ursprung ist von 90 Prozent aller der besten Halbleiter der Welt, ist der Anreiz, Taiwan zu schützen, geringer. Das heißt, es macht eine Aufgabe wahrscheinlich. Also es ist schon ein direkter Zusammenhang. Aber indirekt. Ja, oder es ist zumindest ein indirekter Zusammenhang. Die Anreize, Taiwan zu schützen, werden verringert. Das ist ein Problem. Aber man kann schlecht erwarten, dass der Westen sich von Taiwan abhängig hält, wenn die militärische Bedrohung Chinas relevant ist. Im Idealfall würde man dies ersetzen durch eigene Hilfe. Und das haben die USA ja gemacht. Ich bin laut in der beiden Kritik. Aber das Militärpaket hat unter anderem Hilfe für die USA vorgesehen, für Taiwan vorgesehen. Man verstärkt die Truppen in Südostasien. Man baut weitere Basen. Man entwickelt neue Waffen. Man debattiert über die Vorstationierung von Material auf Taiwan. Das zum Beispiel wäre ein riesiger Schritt. Also mir ist das deutlich lieber, dass man etwas in dieser Hinsicht macht, als darauf zu hoffen, dass ein paar Fabriken dafür sorgen, dass die Chinesen eh schon nichts machen. Also es ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Ich würde sagen, da schon von der Aufgabe westlicher Werte zu sprechen, wäre falsch. Aber ein Zusammenhang besteht ohne Zweifel. Das, denke ich, haben sie sehr, sehr gut erkannt. Auch wenn die Antwort meinerseits vielleicht nicht ganz befriedigend ist. Auch für mich selbst übrigens nicht. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist. Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung.